Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Beim S&P 500 hält jetzt schon die Seitwärtsphase seit über drei Wochen an. Technisch gesehen spitzt sich die Lage also weiter zu. Den US-Index und andere Märkte schauen wir uns jetzt mal genauer an. Den Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Wir gehen direkt rüber in die X-Station und wir fangen mit dem US-Börsenbarometer an. Der Index bewegt sich jetzt schon seit mehr als drei Wochen in einer Seitwärtsphase und zwar unterhalb des Jahreshochs. Es gibt zwei Fehlausbrüche bei 4.171 Punkten und dann gibt es hier noch ein Niveau, wo es viele Brüjungspunkte gab. Bei 4.141 Punkten hoch, dann der Bruch, Verteidigung, Verteidigung und jetzt auch in dieser Woche ein erneuter Test. Das heißt, der Markt befindet sich nach einer starken Rallye in einer Seitwärtsphase und die muss aufgelöst werden, entweder nach oben, um das Jahreshoch auszunehmen und auch das Augusthoch anzugreifen, das hier oben liegt. Oder der Markt driftet weiter ab und könnte dann diese grün markierten Bereiche letztendlich anlaufen. Der deutsche Leitindex zieht sich von dem Jahreshoch zurück. Wir sprechen über die Futures und hier wird bereits ein kurzfristiger Bereich getestet. Bei 15.984 Punkten sollte der Bereich nicht verteidigt werden oder zurückerobert werden, dann könnten die Bereiche bei 15.891 Punkten getestet werden. Hier gab es viele Brüjungspunkte, ebenfalls bei 15.816 hoch, Fehlausbruch, Verteidigung und dann gibt es hier noch einen übergeordneten Unterstützungsbereich, Ausbruchsniveau und Verteidigung bei 15.698 Punkten. Sollte der Markt sich allerdings bei oberhalb von 15.984 Punkten etablieren, in den kurzfristigen oder in den kleineren Zeitalterheiten Höherehochs und Höhere Tiefs erreichen, dann könnte das Jahreshoch getestet und auch ausgenommen werden und dann würde der Abstand zum Rekordhoch verringert werden. Euro-Dollar versucht sich in dieser Woche nochmals an der 1.1033. Wichtiger Hochpunkt gewesen, Fehlausbruch vor zwei Wochen und ein Anstieg darüber würde bedeuten, dass wir ein neues Jahreshoch sehen und uns dann auch der 1.1185 annähern. Bei Gold sehen wir eine Erholung und ein Inside-Bar und hier gibt es viele Brührungspunkte bei 1.987. Zwischenhoch gewesen, der Bruch nach oben, Verteidigung, dann der Schlusskurs darunter und jetzt der Erholungsversuch. Also ein Oszillieren um diese Marke und hier entscheidet es sich, entweder laufen wir in diese Tiefpunkte hier rein oder der Markt könnte nochmals ein neues Jahreshoch erreichen. Die Ölsorte WTI hat kurzfristig einen Doppelboden ausgebildet, allerdings wurde das Gap noch nicht geschlossen bei 1.7571 und das bedeutet, dass der Markt anfällig ist für weite Rückgänge. Eine wichtige Entscheidung könnte es jetzt bei 1.7936 geben und der Bitcoin testet in dieser Woche erneut die Unterstützung im Bereich der 27.000 Dollar. Wichtiger Tiefpunkt gewesen, Fehlausbruch in der Vorwoche und jetzt gab es zwar tiefere Tiefs in dieser Woche, aber auch eine schnelle Reaktion der Bullen. Also die Frage, Bruch nach unten und es geht in Richtung 26.600 oder bis zum Ausbruchsniveau bei 25.200 oder der Markt kann sich hier eben wieder fangen und bewegt sich in Richtung 28.000 und 29.000 und dann auch wieder in Richtung 31.000 und das ist ja der langfristige Aufwärtstrend, das heißt die 32.000 wollen natürlich erreicht werden. Konkrete Trading Ideen dazu gibt es dann in meinem Video von heute Morgen, den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.